Aber als sie sich besinnen, konnte keines Recht von hinnen, in die Kreuz und in die Quer, reißen sie sich hin und her, flattern auf und in die Höhe, ach, herrje, herrje, minä, ach, sie bleiben an dem langen, dürren Ass des Baumes hangen, und ihr Hals wird lang und länger, Ihr Gesang wird bang und bänger, jedes legt noch schnell ein Ei, und dann kommt der Tod herbei. Witwe Bolte in der Kammer hört im Bette diesen Jammer, ahnungsvoll tritt sie heraus, ach, was war das für ein Graus! Fließet aus dem Auge, ihr Tränen, all mein Hoffen, all mein Sehnen, meines Lebens schönster Traum hängt an diesem Apfelbaum! Tief betrübt und sorgen schwer, kriegt sie jetzt das Messer her, nimmt die Toten von den Strängen, dass sie so nicht länger hängen, und mit stummem Trauerblick kehrt sie in ihr Haus zurück. Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich.